Versuch's bitte ganz genau. Also wir initialisieren den jetzt auf den C, auf das tiefe C, bestätigen das. Jetzt kann man den Song wählen, indem man eine Farb über den Farbsensor hält. So, und jetzt sollte er Aluminänchen spielen. Wenn etwas gerade passiert ist, kann man viel zu schnell, dass er fliegt und den Ton dann aufgelassen wird. So. Das war's für heute.